Hey Leute und willkommen zum 21. Türchen unseres Adventskalenders. Bis zum 26. öffnen wir noch Türchen, aber dann ist es leider vorbei. Aber hey, ich bin auch gespannt, was mich am 24. erwarten wird, vor allem natürlich. Und was heute, was gelbes, was ist denn gelb? Wir haben ein Supreme Rivalry Dragon Ball Booster Oh, und ein japanisches Booster mit den Drachen. Ah, wie geil. Alter, ein Drachen Booster. Oh, 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 mit was fange ich an? Scheiße. Ich glaube, ich fange mit einem Drachen Booster an. Wir sind auch in der vierten Adventswoche, wie ihr seht, weil vier Kerzen und drei, logischerweise am 21.12. Oh Mann, bald Weihnachten. Ei, 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 ei. Ich habe Bock, Leute, ich habe Bock. Schön Booster aufmachen. Ich glaube, auch hier war es eine Karte nach vorne. Dann haben wir eine mögliche Rare auf der Hinterseite. Wir beginnen auch direkt mit einem Drampa, wie auf Englisch heißt, ein Drache. Ein Karpador, was zum schönen Garados werden will. Ein Wablu, was zum großen Altaria werden will. Ein Seeper, was zum Seedracking werden will. Ihr seht, sehr viele Drachen. Und ein, uh, Drachen-Holo. Oh, Zekrom-Holo. Sehr nice. Ein Holo-Drache aus dem Drachen-Booster. Und ich finde es echt lustig, dass da gefühlt alles fast Drachen drin war, ne. Außer Garados, ja, ist kein Drache, wenn er sich entwickelt. Aber die Wablu und Seedrack, äh, Wablu und Seeper, wenn sie sich entwickeln. Oh, das ist schon cool. Habe ich schon mal so einen Drachen-Booster aufgemacht? Ich glaube nicht. Sehr, sehr nice. Nehme ich gerne mit. Schöne Holo. Danke dafür, Deiner. Und jetzt haben wir hier noch Dragon Ball Supreme Rivalry. Bin ich mal gespannt, was wir hier rausziehen werden. Wir haben echt schon gefühlt alles aufgemacht, ne. Dragon Ball, Pokémon, Digimon und Yu-Gi-Oh. Alles hier, ey. So, Leute. Was werden wir jetzt rausziehen? Ich bin gespannt. Au, erstmal ein schöner Weg. Geht dafür, Deiner im Super Saiyan God. Ein böser, böser Piccolo. Oh, oh, oh. Der halt russiert kein Schwein. So, und guten. Naja, naja. Grelin. Uh, Trunks, die Super Saiyan aus der Zukunft. Na, wir gegen Black und so weiter kämpft. Sehr geil. Ui, die coole Liederin. Wir haben ja die normale Chaos in der Zeit. Sie kann mit ihrer Fähigkeit sich in sozusagen Erwachsen verwandeln. Und die Kamera denkt sich wieder, alles klar, ich mach, was ich will. Kamera, hallo? Hä? Hä? Vielleicht beruhigt sie sich? Kamera, okay. Wir haben für die Erwachsene Chaos in der Zeit. Sehr geiler Lieder. Uh, wir haben hier King Cold, King Vegeta und Fritza. Dann haben wir Android 20. Und, uh, Holo Demon God Gravy. Okay, okay. Unsere garantierte Reverse Holo. Und dann haben wir... Ah, ne, Bulma immerhin. Eine ältere Bulma. Ha, 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 ha. Immerhin eine Reverse Holo, die garantiert ist. Und eine Holo aus dem Pokémon Booster. Hauptsache, es glitzert vor Weihnachten. Das sag ich immer, ne? Auch wenn er ein komisches Höschen trinkt. Ha, ha, ha. Machen wir lieber so, ne? Hauptsache, es glitzert vor Weihnachten. Danke für die coolen Booster wieder, Diana. Leute, schaut euch gerne den kompletten Adventskalender an. Alle Folgen in einer Playlist jetzt auf der Endcard. Und, ja, ich freue mich schon auf Weihnachten, Leute. Morgen geht's weiter. Hau da rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.